Musik Hallöchen meine lieben Freunde und herzlich willkommen zu einem neuen Ark Video, heute mal wieder mit einem kleinen Raid. Ich hoffe euch gefällt das Video und los geht's. Vor so einem Raid, Alter, dieses Abwarten, das ist doch bestanden. Ja, da wird man schon ungeduldig. Man wartet nur auf seinen Kanal. Wenn ich hier lang laufe, schießt man eine Schütze schon. Ja, tun sie. Okay, 1400 Schaden mache ich auch mit so einem Dings. Was war nur gerade? Das ist's. Der drückt immer über mich. Also dürfen wir den Angriff doch durchführen, oder was? noch nicht Leute wartet noch ganz gut was ist wenn wir jetzt wenn die uns angreifen ja das meine ich ja die ganze Zeit mit diesem Gegenkonto also wir machen das so als wir jetzt irgendwie verkacken dann werfen wir Zockergold und Lubi einfach aus dem Stryker also ich hab schon mal einen Firebird von denen weggerotzt weil der über mich weggeflogen ist und ihr so ah scheiße alter wir haben so die Arschkarte Lubi geht bestimmt mal mit seinem Hund raus also was sollen wir jetzt machen? angreifen? ja nein LOL der hat direkt auf mich rauf gezielt David Feuer ey ich brauch mal hier ihr müsst mal hier die Dinger kaputt machen ich will auch mitmachen die Pflanzen ja kümmer ich mich um ja dann mal go go ok Schaden gemacht, linke Seite ich sie nix so warte du musst mich mal hier helfen ganz nach Marsch dam 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 so ich muss jetzt mal ne Leiche finden ja das wäre ne schlaue Idee scheiße 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 nein er kann nix machen so so der kann gar kein Wett auslösen so der kann gar kein Wett auslösen so der kann gar kein Wett auslösen so jetzt komm ich hör mal weg rotzen alter die gehen alle auf mich scheiße ja ich komm grad zu dir bisschen Hilfe könnte gut sein ich bin wieder drin vor allem ich hab mit dem ersten Schlag die Trues von den ausgeschaltet das war so gut ja den Drachen zuerst das Problem was ich habe ist der Rex mal der macht so viel Schaden wo ist denn hier der Eingang ey Kopf ich geh jetzt hier bis hier lang hier der Rache der Rache beschäftigen dass ich das hinter mir äh leckte gerade ähm hinter mir okay ich glaube ich hab hier einen recht guten Platz wo du ja ich seh hab dieses scheiß viel Schwein hier dass der beschraubend macht ne ne er geht aber auf den Straub und das packt er nicht hm 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 so wie weit oben bist du mit dem Paracel grad ganz weit und ich werde hier die ganze Zeit abgeschossen könnte sich einer mal ja die Pflanzen könnte sich einer mal um die Pflanzen kümmern ne hekt hab ich übrigens hab die meisten Pflanzen weggerotten ich guck grad nur auf die Seite wo ich bin sind noch ein paar aber da hat sich grad glaub ich der Rex drum gekümmert ne ah ne da stehen drei Stück okay Pflanzen glaub ich hm ja das war die erste Hälfte da sind noch drei Alter ich kann mich grad nicht mehr überlegen ich kann mich grad nicht mehr überlegen ich kann mich grad nicht mehr überlegen fast ich kann ja ich komm gleich rein ich werd grad beizutreten ich hoffe ich bin dann nicht tot ey also Jan konnte ich ins äh Raidhaus reinschleifen Leute gute Arbeit Riebogen warte gleich also der Paracel ist richtig geil der hat weggerotzt der hat weggerotzt der hat noch ein bisschen die die Untertitelung des ZDF, 2020 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 Vielen Dank.